Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem Marc Acker Handwerker und dem Daniel auf der alten Map unterwegs und wir hatten eine super spannende und actionreiche Runde, in der ich ein paar mal gedacht habe, okay, das war es jetzt mit der Runde. Und wie sie dann ausgegangen ist, das müsst ihr euch angucken. Ich würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? H3N viel Spaß. Ja, Antidote ist jetzt wieder gut, aber ja, es nervt halt. Ist halt wieder so, du musst die dann die ganze Zeit dabei haben und wenn du auf ein Team triffst, erst dann kannst du die halt reindrücken. Ja. Und so hast du dann die ganze Zeit einen Slot belegt, wo du dann weißt, der ist dann halt... Wenn man dann Sticky noch mitnimmt, so wie ich, würde es eng. Ja. Ja, gut. Pitching? Pitching, ja. Ähm, Pferd hier hinten? Ja. Ja, Tatsache, links Pferd. Stimmt, ja. Durch, durch Wände geht halt gar nichts. Ich habe es gehört, aber irgendwie nicht wahrgenommen. Die drei Cyprus-Schloss. Ja, Raben auch da weggeflogen, ja. Auf uns? Das ist Cyprus, Cyprus könnte Boss sein. War der Schuss auf uns? Nein. Dreckchen. Ja, Cyprus reagieren auf die Hühner. Ach, ja, ich sag dir warum, weil du drei Punkte auf dem Kopf hast. Ich dachte, du hättest es schon genommen. Du bist doch mal immer ein, Böbel. Hä, wo wird denn das Pferd? Hä, da hinten reagiert oder was? Leise, leise, leise. Oh, ja. So, aber da fehlt noch einer. Ich habe noch was gehört. Ich lege mir mal eine Muni-Kiss. Wo war das jetzt? Hinter mir, Sniper. Und da hinten irgendwo. 119 Meter. Alter. Necro? Ja, kannst du versuchen. Ich probier's. Dann hat nicht vor dich, ne? Ja, ja, alles gut. So weit weg. Ja. Gut, gehört er jetzt zu dem da, der da... Ja, ja, der muss zu dem gehört haben. Die haben sich aufgeteilt, höchstwahrscheinlich. Problem ist, ich bin halt One-Shot, ne? Kann ich einfach so wegrennen. Ja. Axt und Doppelpistel. Ist sie über mir? Ja, und einer schiebt das nicht. Ja, ich kann ja nicht bleiben mit Bäumen. Das ist ein... Random Team. Hit. Ist low. Oh, fuck. Oh, man, ich brauch die ganze Heilung. Hit. Ich brauch mal einen Ping. Nach vorne im Wald. Einer ist Feles, einer ist Tier 1, Frau, White Shirt. Feles ist vergiftet. Fuck. Nach rechts weg. Da, gemein, ey. Mann! War das schlecht. Beide auf einem Punkt gestanden. Ich hab halt keine Heilung mehr. Kann das sein, dass die, die, die Afto... den, den, den Recoil irgendwie geändert haben? Einer ist weiter rechts hier irgendwo. Fuck. Der trifft mit jedem Schuss. Weiter rechts, Mann. Rechts. 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 Nichts. Ey, das sitzt jeder Schuss. Nein. Hatte. Nein. Nice, Mann. Jetzt ist noch ein Sniper da. Noch einer, noch einer. Close irgendwo, schon. Hier oben. Neues Team? Könnt ihr mich heben? Ich weiß es nicht. Wird eng. Muss ich vor mich stellen. Ich hab keinerlei Heilung mehr, ne? Ja. Kann ich heilen? Ich bin voll, ich sag's so. Die alte liegt hier unten irgendwo im... Oh, zum Looten vielleicht, ja. Aber ich hab halt kein... Hier liegt sie. Okay, hoffentlich Heilung. Ja, einmal verbannt. Boah, Muni sieht auch scheiße aus, ne? Hier, reif rein. Ah, danke. Und Janis Kisten. Hier noch eine Kiste? Oder nur eine? Sind zwei stehen hier. Da ist noch, hinter dir ist noch eine. Ah, super, danke. Sagst du es ist, ich bräuchte nen Boss. Ja. Ja, hier ist keiner. Wollen wir zu healing gehen, unten rum? Schlachthaus. Ja. Du warst zweimal tot, ne? Ich war zweimal tot. Da hinten hüpft einer. Hast du noch 100 jetzt? Ja. War das schlecht eben. Irgendwo ein Wagen ist halt nebenan bei Schlachthaus, ne? Ja, das war nicht so gut. Ja. Hinter healing sind auch zwei Wägen. Oh ja. Ja, links versetzt von uns. Wir sind Pitching. Ich kann mir fast vorstellen, dass Pitching der Boss ist. Weil die anderen rangekommen sind. Und warum sollten die denn sonst dazu Pitching laufen? Äh, ich lauf langsam. Ja, ich, ich, ich. Noch mal Heilung bekommen. Ja, ich, 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 ich die sind jetzt nur hier rübergekommen wegen der schießerei wollten halt so pitching dann haben sagt gehört dass er geschossen ja ja genau und wegen der schießerei sind dann quasi noch weitergelaufen denn das solltest vielleicht nicht vorne laufen oder noch sind die halt am machen der sniper ist tot der ist tot er war vom anderen team der wurde vom an vom anderen team erschossen der letzte von denen mit denen wir gekämpft haben der eingang neu ja der eingangs neue alter was hier los ist mann verdammte scheiße aber auch unten gestorben oder ja der typ der steht draußen am eingang auch am anderen ende vom gang links Der ist dann direkt neben mir. Ach du heilige Maria. Letzte. Ich muss warten, dass ich einen Ball bin. Und oben läuft auch noch einer. Dass du jetzt noch den Trade nimmst, da sieht man den Lootgeier. Das ist unfassbar. Daniel, hinter dir, den wollen sie retten, ne? Den ich erschossen habe. Probieren, ne, Kurt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber vielleicht dann bei Glück. Egal, ich habe keine Heilung mehr, es ist eh vorbei. Hm. So, zum Thema keine Heilung mehr. Kann da eigentlich nicht rein jetzt, ne? Nice. Du, Marc, ich müsste eigentlich nach Heilung kommen. Daniel, bitte. Du kannst auch zu mir kommen. Ihr seid doch zu zweit gegen einen. Bärenfalle? Ja. Ein HP. Ja. Was soll ich denn machen? Ich brauche Heilung. Ja. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ach du Scheiße. Der hat die Afton. Ich habe eine Sniper. Nein. Keine Sniper. Nein. Einer tot. Nein. Nee, nee. Anderes Team. Anderes Team. Ich bin das nicht. Hab einen. Nice. Die Afton ist da noch. Sind zwei Mann da, Jan. Bis gut, Inetlaus. Einer brennt. Schön. Nice. Hat den aufgehoben, glaube ich. Zwei Mann da im Gang. Ja. Nice. Einer noch mit dem zwischen uns. Zwei Hits. Er lebt halt einfach noch. Hab ihn. Du Affen. Achtenkopf. Ich möchte meine Afton bitte wieder haben. Oh. Der muss weg, ja. Och. Denk dran, auch die Blute noch zu stopfen bei dir. Jo. Danke. Hier liegt eine Mosin. Ähm. Ich habe eine Crown. Hört wichtiger als Kills, ja. Das war eben so ein typischer Daniel. Hier neben dran. Na klar greif ich zu. Ja, aber du. Haha. Anstatt wegzuschleichen. Oh nein. Hahaha. Ja, na klar greif ich zu. Hahaha. Ich lute die jetzt alle hier. Alter, gut ja. Ähm. Ich lese mal. Ich lese mal noch. Alter. Ich lese mal noch. Sind da nicht noch? Ist da nicht noch Schlacheldraht hier? Nee, ich habe ihn da hingeworfen. Ah. Hier liegt noch einer. Hier Jan, den kannst du noch looten. Ich habe da hinten alle gelootet. Lootet mal. Okay. Ja, ich würde sagen Kills speichern, ne? Mach mal, ja. Das war zwar eine grauenhafte Runde für mich, aber egal. Bin nur so semi zufrieden irgendwie. Hahaha. Ich möchte hier raus bitte. Was ist denn was los hier? Was ne dumme Runde. Sorry, aber das war furchtbar. Ach du scheiße, was war denn hier los? Denkt an eure Kills. Schlimm, wenn ich nichts hochlade. Hast du keinen Kill gemacht? Nee. Nee. Es ist schlimm, wenn ich nichts hochlade. Ich habe ein Assist. Ich lag so oft auf dem Boden. Ich habe vier Kills. Ach man, ey. Ja, was ne furchtbare Runde. So oft wie ich da auf dem Boden gelegen habe. Furchtbar, ja. Wo ich bei Pitching war, wo ich dann nur noch 100 Leben hatte, kam der hinten rum. Ich habe das im Spiel überhaupt nicht gesehen. Und jetzt im Schnitt auch nur bedingt, dass der da hinten rumgelaufen kam und mich dann erschossen hat. Klar, ich war One-Shotter. Hat er ein leichtes gehabt mit mir. Aber es hat mich geärgert. Und dann hat er immer natürlich seine Waffen gegeben. Die Bornheim und diese blöde Officer-Karabiner. Oh, furchtbar. Ich hasse es. Ist zwar das Headshot-Monster, aber dann auch noch Adlerauge dran. Das geht überhaupt nicht. Ja, hat Mark sensationell gemacht in der Runde. Daniel hat mich ein klein wenig aufgeregt, dass er da den Perk gelootet hat. Aber ich meine, ihr kennt ihn jetzt alle als den Lootgeier. Und das kann er auch nicht mehr ablegen, leider. Ja, dann war es nochmal schwierig mit Daniel, weil der hat sich dann mitten in den Gang gesetzt und hat Mark genägt. Oh, das war hart. Ja, weil ich habe hinten einen gehört. Jetzt zeige ich nach hinten. Ich habe hinten einen gehört und ich dachte, oh Gott, der kommt gleich um die Ecke und er schießt Daniel. Aber es ist zum Glück nicht passiert. Ja, und ich bin dann da rein mit der Bornheim. Oh, ich hasse die Bornheim, dass ich dann noch zwei Leute gekillt kriegt habe. Na ja, eigentlich einen, anderthalb. Den anderen, den habe ich ja dann aus der Hüfte mit der Karabine erschossen. Ja, war am Ende noch sehr, sehr lucky. Aber wie ich fand, doch eine sehr, sehr spannende und actionreiche Runde, weil irgendwie immer was passiert ist. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Denkt an mein TeamSpeak, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber TeamSpeak, Mumble, Rootserver, Gameserver, Webserver etc. sucht. Seid da eine super Adresse. Holy Energy ist verlinkt. Eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster, kein Zucker, kein Scheiß. Guckt es euch mal an. Da unten ist der Link und zwei Rabattcodes. Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und lasst mich überlegen, wir müssten uns heute Abend ab 21 Uhr zu Outlast 2 sehen. Und zwar kommt der Marc zu mir zu Besuch. Und wir wollen gemeinsam Outlast 2 streamen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir ein paar Schockmomente haben. Aber ich glaube, die sind garantiert. Wobei ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe mal gehört, dass Outlast 2 nicht so der Burner sein soll. Aber wer weiß. Ich bin sehr, sehr gespannt. So. Habt einen tollen Tag. Wir sehen uns heute Abend ab 21 Uhr auf Twitch. Haut rein. Tschüss.